Hilft Gwenpool dabei, ihre Mission bei The Raft abzuschließen. Also für die erste Phase müsst ihr wieder bei The Raft landen, hier beim Gefängnis von Gwenpool. Interagiert jetzt hier mehrmals mit der Tür, lest euch den Text durch, da wird euch kurz erklärt, was ihr zu machen habt. Für die zweite Phase der Aufgabe, die lautet, gibt das Passwort Cynthia bei einem Computer von The Raft ein, müsst ihr ganz einfach hier mit der Seilrutsche rübergehen zu The Raft, geht jetzt hier die Wand entlang. Jetzt kommt ihr hier zu den Lichtschranken her, wartet ab bis die Lichtschranken oben sind, duckt euch, geht dann hier nach rechts. Hier hinter dieser Tür geht ihr nach rechts hin zum Computer, interagiert jetzt mit ihm, wählt jetzt hier links Cynthia aus, das wäre das Passwort. Jetzt erhaltet ihr die Aufgabe, kehret zu Gwenpools Gefängniszelle zurück und bringt ihr den Speicherstick. Also geht zu Gwends Gefängniszelle hin, übergebt ihr den Speicherstick und schon habt ihr diese Aufgabe erledigt. Bis zum nächsten Mal.